Insgesamt ein sehr viel freundlicheres Bild als zum Beispiel die über meinen nachher erschienenen Kronalen. Das war für mich schon überraschend. Die Gänse vom Schmiedshof? Ja. Gibt es einen Deva-Film? Gibt es einen Deva-Film? Ja. Von Wilhelm Rabe. Kronale. Dazu war die erste Universitätsstadt in St. Mecklenburg. Herzogtuch. 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 Da ist es bis 20. Herzogtuch. Herzogtuch. Überall. Spannschen. Herzogtuch. Herzogtuch. Das ist der Konsum, wo er wieder arbeitet. Hier, hier vorne. Feuer ohne Holzens. Deutsches Haus. Ja. Das waren noch Zeiten. Bei Albert-Horlin habe ich meine ersten Matchbox-Autos gekriegt. Das war ein paar Mal. Ich kann mich jetzt nicht mehr auf die Welt. Ich kann mich jetzt nicht mehr auf die Welt.